Ob der Space-Mining realistisch ist? Das ist schon lange ein Baggerer. Kollege von mir aus dem Minnen. Die machen schon die Formation kontinuierlich. Ich habe schon eine Frage. Ranke mit Gold aus dem Space. Schauen wir uns auf Science.LU. Die Lützebücher Wissenschaftszeit für Giderin. Wir informieren über Forschung zu Lützebüsch. Wir erklären wissenschaftliche Phänomene. Wir wollen Experimente, die in der Heim an einer Schulkanau machen. Wir wollen einfach keine Firmen zu machen. Science.LU. Wissenschaft für Giderin. Das ist doch keine Zuschauer und die Astero-Dinger da rund zu kommen. Das ist so, nur durchspierst du die Wand, wenn sie anstrahlen. Guck, da war ich.